Was glaubt ihr, wie das Leben in diesem Garten ist? Sehr männlich. Aber warum tut ihr euch all die Widrigkeiten an? Ihr seid die Prinzessin. Nehmt ihn euch mit Gewalt. Nein, Corinne. Ich will einen Garten und keinen Geisel. Prinzessin Leonid, kein Mann dieser Welt ist es wert. Ich dachte, ihr wüsstet das. Prohesione, ich möchte euch immer vor Augen haben. Nein, und nie habe ich die dringende Notwendigkeit eurer sofortigen Abreise heftiger gespürt. Übersetzung bitte? Ihr müsst gehen. Siehst du den jungen Mann dort drüben? Ich fürchte, er ist ein vom Hof gesandter Spion. Quatsch. Ihr seid doch paranoid. Paranoid. Sag ich ja. Halte ihn von Agis fern. Ich bin Agis, Student der Verlust. Aus dem Weg, du Vanillemilchbart. Ich bin... Ich bin der wahre Prinz von Sparta. Wir ford plüben. Der was? Der wer? Der? Untertitelung. BR 2018